So, hallo. Hallo, genau. So, ich war jetzt mit einer Rang 2 Dresden und du hast, was hast du gehabt? Shikuma? Shikuma. Ja, Kaiserfransen mit Shikuma unterwegs. Ach, du stehst ja direkt vor mir. Und ich könnte so locker wegschießen. Das könnte ich auch. Das könnte ich auch. Nee, ich bin krasser, ich bin krasser. Ich bin krasser. Ja, du bist krasser. Hm, haben wir noch ein Bier geklärt. Ich muss ja mein Ego ein bisschen streicheln, ne? Ja, du bist der Beste. So, okay, Schlag geht los. Wollen wir zu C fahren? Dann wären wir wahrscheinlich zu dritt. Ja, wir wollen zu C fahren. Okay, ich fahr mal mit halber Fahrt los. Es kann sein, dass da Zerstörer gleich erscheinen, ne? Mhm. Weil die einfach sehr schnell sind und cappen die Zerstörer als erstes. Aber das siehst du ja dann, wenn es anfängt, sich rot zu färben, ne? Mhm. Das ist dann Bösewicht. Okay, ich sehe gerade der eine, die Wakatake, die will gerade rüberfahren und auch ein Zerstörer. Das heißt, der könnte für uns aufdecken. Auf der Minimap sehe ich schon zwei. Okay. Drei sehe ich jetzt auf der Minimap. Vier. Ja, genau. Aber die sind irgendwie alle zu A. Ja, wenn die nicht ausgefüllt sind, hast du sie nicht selber in der Sichtreichweite. Mhm. Oh, je, je. Okay, Tendrio sehe ich. Bei C. Ja, und ein Zerstörer ist da. Oh, und noch ein Zerstörer. Okay, jetzt gebe ich mal Vollgas. Also auf den Zerstörer jetzt, ja. Naja, was halt in deiner Reichweite ist am nächsten. Wäre aber gut, wenn die Zerstörer tatsächlich zuerst herkommen. Wo ist er denn? Der eine ist ja irgendwie... Also was ich hier sehe, sind überall Nebelwände. Mhm. Okay, jetzt sehe ich aber einen, der ist mit Schussreichweite. Die Tendrio, Baskhan. Also schieße ich halt auch den. Dahinter ist der Zerstörer, aber ist egal. Nehmen wir erstmal den raus. Hm. Okay, der dreht gerade, weil er gegen die Insel fahren würde. Das ist gut. Ich hoffe... Oh, scheiße. Siehst du den? Baskhan, Tendrio? Ja. Der hat schon über die Hälfte weg, mein Leben. Irgendwelche Ausfälle hat er gerade durch mich bekommen. Scheiße, Torpedos. Ich fahr ja auch gleich gegen die Insel. Fuck you. Okay. Oh, oh, shit. Warte doch nach, Mann. Ey, kill mal Baskhan. Der ist ja fast schon weg. Aber ich kann nicht schießen gerade. Der ist ja hinter dem Ding da. Für dich, ja. Für mich verschwindet er gerade. Ey, der hat 551 Leben. Der ist ja nichts. Ich komme nicht mehr ran, ne? Der ist weg. Oh mein Gott. Oh. Ich habe einen Treffer. Oh, oh, oh. Hast du Ausfälle? Nehmen wir es, nehmen wir es einen Zerstörer. Ja, ich warte, ich muss es umdrehen. Oh, ich habe tierische Ruckler gerade. Okay, es sind lauter Zerstörer jetzt unterwegs. Die sollt nämlich auf mich schießen. Wir schießen auf dich, der Zerstörer? Oder was? Der, ja. Ne, das ist nicht dazwischen. Ey, da ist einer Baskhan. Der müsste in deiner Reichweite sein. Kill den. Muss man sich umdrehen. Das ruckelt so hart hier gerade. Der Baskhan hat 155 Leben, aber ich komme nicht ran. Du musst den wegschießen. Ja, ich kann nicht schießen. Ich muss umdrehen. Jemand anders hat den. Er ist schon weg. Nehmen wir, nehmen die als Zerstörer. Ja. Lass ihn nicht so nah rankommen, sonst, äh, muss auch passen. Jetzt immer in Bewegung bleiben, wegen seinen Torpedos. Mhm. Und voll raufhalten da. Du musst so schnell, so schnell wie möglich verrecken. Scheiße. Trägen, dreh um. Ich kriege hier ganz schön auf die Pressen. Ich komme nicht mehr ran. Der ist hinter dieser verkackten Insel, ey. Der brennt da vor sich hin jetzt. Apropos Insel, ich fahre auch gleich gegen eine. Egal, ich muss den irgendwie kriegen jetzt. Dreh doch. Okay, noch kriege ich Treffer auf den. Scheiße, ich verschwinde auch gleich hinter eine Insel. Irgendwie hat den gekillt. Ich war es nicht. Hier, der Lukoch, oder wie der heißt. Ja, bei mir erscheint auch gleich wieder ein Zerstörer. Pro Feuerunterstützung, muss ich mir auch mal anfolgen. Hier erscheint gleich ein Zerstörer neben mir. Oder der verschwindet. Kann auch sein, dass er einfach... Ja, da ist er, da ist er. Oh, Drecksau. Der ist fast tot. Schnell. Oh ja, ich krieg noch... Oh, komm, versenk den, Bro! Oh! Der ist gleich weg. Ja, aber der geht voll... Also, er zieht grad voll nach oben, ne? Oh, der schießt auch nicht, Mann. Der lebt immer noch, ey. Ich glaub das nicht. Schwerer Schaden. Magazin unbrauchbar. Oh, ich hab'n versenkt. Puh! Mach's gut genug. Wie schön. Ja, später komm noch... Oh, die... Oh, Gott, aber komm noch Leben. Du brennst irgendwie, oder so kann das sein? Ich bin ja am Löschen jetzt, Mann. Aber ich werde weiterhin beschossen werden. Ja, du hast doch komm noch Leben, ich seh das. Ich würd dir gern helfen, aber ich bin zu weit entfernt. Ja, bringt nix. Und wo ich... Dein... Ich schieß noch Palmar und dann... Ja, vielleicht kriegst du den dann doch. Vielleicht kriegst du noch einen Crit drauf, oder so. Ich hab' ihn in Reichweite, aber vor mir ist ne Insel. Ey, wenn du Glück hast, killt der Zerstörer den jetzt. Ah. Oh, nee. Schade. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, weil... Oh, er hat ihn gekillt. Ja, hat er gut gemacht. Ja, leider ein bisschen zu langsam. Oh, scheiße. Direkt vor mir ist ein Schlachtschiff. Oh, shit. Aber auch vor Unterstützung. Puh! Ich mein, du hättest, ich verhält es mir gut, dafür, dass du erst ein paar Mal das machst, so, ne? Oh, da hinten sind... Zwei Schlachtschiffe. Scheiße. Das war ein großartiges Gefecht. Ich meine, wir haben... Guck mal, die haben nur 45 Punkte, ne? Mhm. Und die Kreuzschiffe. Ja. Aber davon sind ja, wie gesagt, die ist ja oben, ähm, die mit den zwei Streifen, das sind, äh, Schlachtschiffe, ne? Äh. Gar keinen Bock, da rauf zu gehen. So alle. Und unsere sind irgendwie... Ich glaub, die versuchen zu cappen. Mhm. Ja, einer cappt. Ich seh, der Zerstörer cappt hier grad von uns. Na, ist egal. Oh, ist die eins von den Schlachtschiffen? Ne, äh, Kreuzer. Der ist fast... Fast die Nuga. Ich werd mal einfach auf diese Richtung bleiben, hier. Mhm. Boah, ich hoffe, ich krieg noch einen hier. Guck mal, der eine Colbert ist gleich auf jetzt. Ja, ich will ja hin da, aber der ist eigentlich ziemlich weit entfernt. Ja. Ich meine, der, glaub ich, auch einen Ticken schneller ist als ich. Oh, okay. Der eine ist halt... Der eine ist... Das eine Schlachtschiff erscheint hier. Mhm. Ich muss also jetzt, äh, so fahren. Das ist ein verkackter Ruckler. Ich muss also jetzt so fahren, dass ich irgendwie gerade nach vorne fahre, aber gleichzeitig irgendwie meine Geschütze alle so mit Breitseite schießen könnte, ne? Mhm. Ey, wieso hab ich so eine bekackte Reichweite? Hier einer ist auch gleich wieder weg, da, ne? Ja. Die will irgendwas. Ich glaub, das schaffen wir hier. Kannst du mich nicht schießen? Nee. Meine Reichweite ist irgendwas mal 7,8 oder so. Mhm. Da sind noch 500 Meter. Mhm. Oh, jetzt hab ich. Jetzt hab ich. Ich warte noch kurz. Schieß mal. Jetzt zum Teil. Kommt, sieht das cool aus. Ja, warte, ich lass mal nachladen und dann hau ich meine volle Salve raus. So. Oh. Oh, ich schieß meistens einzeln, weil ich dadurch noch korrigieren kann im Schießen, weil sie gerade abdrehen oder so, ne? Oh, gut, ihr fährt hier so langsam, das rum, das ist fast schon egal. Das noch eine North Carolina, äh South Carolina, North Carolina. Oh, neben mir, der eine, ah, hier war grad der eine, der fast weg ist. Ja. Matthäus. Mach Matthäus. Ja. Bin dabei. Oh, weiter vorhalten. Oh, scheiße, ich kann nicht. Der schießt aber auch ordentlich auf mich. Mhm. Ich glaub, ich krieg den trotzdem noch. Ja, klar. Ja, das sagst du so einfach, ich krieg den Schaden hab hier von dem Vogel. Ja, aber mein Hauptturm ist weg. Ja, trotzdem. Der hat mir den Hauptturm gebraucht. Weg ist er. Zwei Kills hab ich gemacht. Cool. Ah, guck mal, ich bin nicht ganz unten. Ja, aber hat auch keiner gesagt. Du bist sogar relativ weit, weiter oben. Ja, so kann ich mir so schlecht tun. Ja, cool. Ganz ordentliche Leistung war mal, wa? Ja. Ja, da war nur noch ein Schiff übrig. Scheiße, die ist noch alleine, ne? Mhm. Das wär's natürlich gewesen. Alles klar, äh, ja, vielen Dank Leute fürs Zuschauen, ne? Hinterlaser und Abo, tut euch ja nicht weh, würd mir helfen. Abonniert, abonniert. Wir sind Armin. Armin YouTuber, beziehungsweise YouTube, äh, Mitteilender, Mitmacher, ne? Wir sind jung und brauchen das Geld. Ja. Vor allen Dingen Geld. Ja, vor allen Dingen sind wir jung. So mein ich das. Ja. Viel Spaß noch beim Zocken. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also haut rein, ihr. Spaß, das wollte ich grad sagen. Ey, ich meinte das aber nicht. Ihr Atzen. Atzen, meinte ich. Atzen. So, ihr Atzen. Hallo. Dann, bis später. Ciao, ciao. Scheiße, nee.